Musik Mareike, erstmal herzlichen Glückwunsch. Vize Miss Marburg, jetzt Miss Hessen. Wie war es für dich? Wie hast du es empfunden? Wie war es, als du gehört hast, du bist Miss Hessen? Also es war ein überwältigendes Gefühl. Ich habe damit absolut gar nicht gerechnet. Es war unbeschreiblich. Ich hatte wahnsinnige Konkurrentinnen. Ich finde die Mädels alle super schön, super hübsch und ich bin total geehrt und sprachlos. Wie geht es jetzt weiter für dich? Es geht weiter mit dem Miss Germany Camp in Ägypten und dem Europapark in Rost. Und wie bereitest du dich vor? Ich mache das so wie immer. Ich versuche positiv zu sein, mein Leben zu genießen. Ein bisschen Yoga, zur Entspannung. Ja, mich mit positiven Menschen zu umgeben, wie mit meinem Freund oder mit guten Freunden. Und ja. Und was machst du jetzt als nächstes oder jetzt als erstes nach der gewonnenen Wahl? Erstmal was essen. Ich habe total Hunger. Und danach werde ich hier in Gießen noch feiern gehen. Dann wünschen wir dir viel Spaß und natürlich viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank.